bei premium es gibt es wieder einige neuerungen die eine ist dass man sich jetzt mit seinem facebook oder google account direkt einloggen kann würde ich aber wahrscheinlich nicht so sehr interessieren viel interessanter ist jetzt die möglichkeit dass ihr wenn ihr meinen rev link benutzt dann bekommt ihr 15 tage umsonst das heißt wenn ihr euch einen 30 tage account kauft über meinen link der jetzt unten in der video beschreibung natürlich ist und er auch hier von der seite mal eingeblendet wird wenn ihr diesen link benutzt und ihr kauft euch in 30 tage account der kostet glaube ich aktuell 899 ich gehe mal hier drauf genau 899 dann bekommt ihr statt in 30 tagen 45 tagen bei den anderen paketen ist dann halt ähnlich also statt 90 tagen bekommt man dann 105 tage ich bekomme natürlich dann auch 15 tage laufzeit das freut mich natürlich sehr wenn ihr das macht und so haben wir beide was davon